Los! Wir kennen uns, wir machen natürlich keine halbe Sache. Eine coole Veranstaltung, sehr gute Keynote. Die beiden Keynotes haben mich umgefallen. Ein super spannendes Programm, auch so aufgebaut, dass es aufeinander und zueinander passt. Wir haben kritische Fragen durchgekommen, gute Inputs. Ich hoffe, wir haben etwas den Leuten gegeben. Ich finde es total lässig, wie die Leute sehr engagiert sind, mitdiskutieren, die irgendwie keine Hürden haben, sondern aufeinander zugehen. Die praktischen Workshops, die haben mir auch gut gefallen. Ich denke, es ist sehr lehrreich, auch wenn man selber vielleicht schon jemand sein oder so untersehen hat. Ich habe viel mitgenommen. Ich finde es eine sehr spannende Mischung an Leuten. Die Stimmung ist toll, es ist locker, es ist freundlich, jeder ist offen. Auch der LHS finde ich spannend, den Austausch mit so vielen erfahrenen AG-Listen. Super Leute kennengelernt. Man trifft die Kollegen, die Kolleginnen, man erzählt aus der Erfahrung, aus der Praxis, man sharet. Sehr cool, ich würde auf jeden Fall wiederkommen. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Ähm, weiter so. Ja, gerne nächstes Mal wieder, nächstes Mal als Zeni. Ja, dann kann man nur noch Prost sagen und bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Ja, dann können wir noch keine Niemes sein. Ja, dann kann man nur noch mit. Das war das Zeni. Ja, dann macht ihr das Zeni. Ja. Ich weiß nicht, ob es das Zeni. Ein Städerot.